»Du siehst jedenfalls, dass es wichtigere Dinge gibt als deine Prinzessin«, zischte Yen, während sie im Eilschritt auf die Magistra zuliefen und sich mehrfach entschuldigten. »Ich kenne diesen Gesichtsausdruck«, brummte Renni, während sie durch die Reihen nach ganz hinten gingen, wo sich ihre Stammplätze befanden. Um sie herum waren die Novizen noch damit beschäftigt, ihre Unterlagen auszupacken und zu sortieren, und es raschelte und rauschte überall. »Mir schwant Böses, Yen.« »Wag es bloß nicht«, sie hielt Katriel drohend den ausgestreckten Zeigefinger entgegen. »Ich muss es tun. Du hast es selbst gesagt. Wir können uns ohnehin kaum vorbereiten, also kann ich wenigstens dafür sorgen, dass ich erfahre, was Eilish mir sagen wollte.« »Ich fürchte, er wird es trotzdem tun.« Renni stellte seine Bücher auf dem Tisch vor sich ab und warf ihm einen Seitenblick zu, bevor er seufzte und den Kopf schüttelte. »Das ist so dämlich, dass ich keine geeigneten Worte finde. Können wir das Thema jetzt lassen?« Katriel versuchte, sie zu ignorieren und kümmerte sich um seine eigenen Unterlagen. Schwungvoll ließ er sich auf seinen Stuhl fallen und rückte ihn näher an den Tisch heran. Ich werde es mir überlegen, in Ordnung? Er wird es ganz sicher tun. Kapitel 26 Erheben wird sich das Licht, wenn der Schatten ins Licht tritt. Erheben wird sich der Streiter, wenn neuerliches Unheil aufzieht. Aus die Prophezeiungen von Galater. Zweiter Vers. Am Ende des Tages rauchte Katriel der Kopf. Nicht nur hatten Magistra Torkwein und ihre Kolleginnen Pullen und Ginska sie mit so viel theoretischem Wissen vollgestopft, dass er meinte, jeden Augenblick platzen zu können, nein, er konnte zur gleichen Zeit kaum aufhören, an den Brief von Eilisch zu denken. Immer wieder fragte er sich, was wohl darin stehen könnte, und was es wohl bedeutete, dass sie einen fürstlichen Boten gesandt hatte.